Herbert Ulonska ist der Erfinder und Begründer des CSI Neustadt Dossel in der Graf von Lindenauhalle. Jetzt haben wir die 19. Auflage, die wirklich guten Sport verspricht. Aus wie vielen Nationen kommen Teilnehmer und wie hoch ist der Etat der Veranstaltung? Wir haben insgesamt 14 Nationen am Start, einschließlich Deutschland. Und es sind wieder ungefähr 280.000, 300.000 Euro Etat. Das heißt, es geht unter anderem auch zweimal um Weltranglistenpunkte. Was sind die beiden wichtigsten Prüfungen? Ja, das ist zweimal ein großes Springen, einmal vom DKB und einmal vom Land. Das sind unsere Hauptspringen, aber natürlich auch sämtliche Springen haben eine Wertigkeit. Einmal Youngster-Finale und natürlich ganz neu haben wir auch Prüfungen. Neben dem Junior-Future-Springen haben wir auch noch den Children's Cup. Das heißt, wer dorthin kommt, kann am Wochenende Topreiter erleben, wie Holger Wulschner zum Beispiel oder André Thieme, aber kann auch die Zukunft des Sports sehen, richtig? Absolut und das haben wir gesteigert. Das kommt sehr gut an, bringt ein eigenes Publikum und füllt die Halle. Also summa summarum sind dann alle zufrieden. Das war das Spiel. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018